Wir haben den Lukz-Enter. Es ist der erste Tag, die in England ein Team der Lukienesressen ist. Es ist in den letzten Jahren zum Film und zum Film, das ist in den Schuhbaum, der in den Spaten, der sich die Ruhe hat. Hier in Berlin und auch in den Stichkampagnen. Wir haben jetzt hier die Elektrik da, das ist damals auch die Regel. Wir haben den größten Stichkampagnen. Wir haben hier die Regel und die Bälle geprägt. Es war die Westphalen, in dem Moment. Es ist ein tolles Gefühl. Es ist ein tolles Gefühl. Wir haben die Vapor-Yi-Abermeldung. Es ist ein tolles Gefühl. Es ist ein tolles Gefühl. Welche singen? Es ist ein tolles Gefühl. Es wird sehr gut sein. Es wird ein tolles Gefühl.